Rechts. Ja. Sim, wo bist du? Deren Base? Ja. Der Scope ist da. Wenn du jetzt um die Ecke gehst, gehst du Mühlenviertel. Ich weiß schon. Geh dem mal. Warum? Weil die von zwei Seiten zu mir kommen, deswegen. Der ist hinter dir hergelaufen, oder? Nooo! Knife den, Knife den, Knife den, bitte. Sei mal ruhig. Knife! Sei da mal ruhig! Ich bin runtergesprungen, sonst hätt ich ihn besser getötet. Ich bin runtergesprungen.